Immer wieder stellen wir fest am Morgen, heute ist nicht unser Tag. Wir haben Kopfschmerzen und wollen einfach Entlastung. Es gibt einen sehr einfachen Griff, den möchte ich jetzt gerne mal zeigen. Und zwar können wir die Ellbogen auf der Arbeitsplatte auf dem Tisch aufstützen und gehen mit dem Daumen die Augenhöhle hier oben entlang. Das sieht so aus. Wir starten hier innen und wenn wir mit dem Daumen ungefähr ein Drittel abgetastet haben, kommt eine Vertiefung, die spüren wir. Wenn wir die Vertiefung haben, sinkt der Kopf einfach ein bisschen mit Druck in die Daumen rein. Wir halten 10 Sekunden diese Stelle und lassen danach einfach wieder los. Wir senken den Hirnnerv, der da austritt, etwas ab und damit wird der Schmerz unterbrochen. Das ist eine sehr leichte und sehr wohltunde Übung. Viel Erfolg! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!